Der isländische Fußball-Nationaltrainer Heimir Halgrimson hat mit Alfred Finnbogason vom Bundesligisten FC Augsburg und Rurik Gislason vom Zweigligisten SV Sandhausen zwei Bundesliga-Legionäre für die WM-Endrunde in Russland. 2014. Juni bis 15. Juli berufen. EM-Viertelfinalist Island zieht in die erste WM-Endrunde seiner Geschichte ein. Bei der Endrunde in Russland trifft die Mannschaft von Halgrimson in der Gruppe D auf Argentinien, Nigeria und Kroatien. Das endgültige Aufgebot Gutmundsson, PSV Eindhoven, Niederlande, Johann Gutmundsson, Burnley, England, Birkir Bjarnasson, Aston Villa, England, Jeffy Sigurdsson, Everton, England, Olafur Scalesen, Karabükspur, Türkei, Aaron Gunnarsson, Cardiff City, Wales, Rurik Gislason, SV Sandhausen, Emil Heilfritzen, Udinese, Italien, Arno Traustason, Malmö, Schweden. Untertitelung des ZDF, 2020